Musik Könnte die künstliche Intelligenz die Musik revolutionieren? Der Künstler hinter dem Namen Boy What hat nämlich einen Song Release namens Plan Z und da geht es dabei, dass Plankton von Spongebob einen sogenannten Metalcore Song gemacht hat. Wie dieser Song klingt, was ich davon halte, seht ihr jetzt im Video. Damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Plan Z sagt mir auch nichts Boy What. Sieht aus für mich wie ein Minion. Vielleicht soll das ja auch einen darstellen, aber mal gucken, was das ist. One studio session later. The Crusted Crab's going down when I drop this heat. Plan Z's making sound, have them at their feet. They got a lot of shit to say about the charm bucket. Let's see who's left and last when I turn them into holographic meat. You better run, better run, better run. Just one bucket of me, then you're done. Turn your friends and your family into charm. The secret formula will be mine. Turn it up. You'll all see, you'll all see, you'll all see. Wow. No more wasting all my time. You're the beach and I'm the tide. I'm about to break out, I'm about to break out. Plan Z. Yo, yo, das ist ja extremst gut. Ey, ohne Mist. Ich will das nochmal von Anfang an hören. Weil wirklich, es sah, also ich finde, das sah halt wirklich aus wie so ein Minion. Aber dann, als es angefangen hat, so ein bisschen über Formula und Chump Bucket zu gehen, wusste ich direkt, okay, es geht um Plank dann. Aber ich finde, der Songtitel passt genau zu dieser Situation jetzt gerade, glaube ich, zu uns allen. Boy, what? Alter, ich finde das mega gut. One Studio Session later. Ah, okay, ja doch. Okay, Plan Z ist der Songtitel. Und der Artist ist das Boy, what? Okay, dann aber der Artist-Name Boy, what? Ey, ich finde das krass. Ich, 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 ich finde, ich, äh, ich, mir fehlen da die Worte. Ich finde das wirklich mega, mega gut. Aber, und das ist wirklich, also die Vocals sind AI-generated. Das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Weil, das ist so eine Top-Stimme. Also, wirklich so schöne Melodien. Und, ähm, krass. Ich, ja, ich finde auch den Text so geil. Ich finde den Text so nice. Das ist wirklich krass. Hey, was geht Plankton? Ich finde das so cool. Pause. 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 No more wasting all my time. You're the beach and I'm inside. I'm about to break out. I'm about to break out. Plan Z. Ha, ha, ha. Just a pineapple is still better. Ha, 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 ha. Clean Gesang in dieser, in dem Refrain. Ey, ohne Mist. Ich glaube, das ist für mich einer der besten Songs, den wir heute gehört haben. Ich wette den gleich auf jeden Fall nochmal ran. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020